Hier und Newsflash, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier mit neuen News, die es zu Benewsen gibt. Wir reden nicht über die Deshaun-Watson-Sache, weil da, es ist zwar was Neues rausgekommen, aber das Neue, was rausgekommen ist, ist genau das gleiche wie vorher, bloß noch mehr. Also wenn es da was wirklich richtig Konkretes gibt, reden wir drüber. Aber ansonsten haben wir viele Nachrichten heute, und zwar 5, die ich mir aufgeschrieben habe. Es sei denn, während des Videos fällt mir noch eine ein. Hoffe, ihr habt Bock drauf. Let's go! Oh, ganz kurz vorher noch, Holy Energy. Ich kann es euch nach wie vor nur empfehlen. Link ist in der Beschreibung, kurz NGG benutzen oder NGG 5, wenn ihr noch nie was bestellt habt. Gibt extra Probepacks und so weiter. Ich sollte vermutlich gerade nicht unbedingt Holy Energy trinken, weil es halb 3 Uhr nachts ist, und dann kann ich wieder nicht schlafen. Aber, Lions Lemonade schmeckt so gut, Jungs, da kann ich nichts gegen machen. So, erste Nachricht. Cam Newton, scheinbar doch nicht am Retiren. Da gab es so Gerüchte, denn alles, was nach der Saison passiert, oder nicht alles, aber viel, was man von ihm gehört hat, war so alles sehr, sehr retrospektiv. Und, oh, das ist passiert, das ist passiert, und im Nachhinein, das wirkte alles so ein bisschen wie die Karriere oder gerade die jüngere Karriere nochmal so Revue passieren lassen, wenn man fertig ist. Aber scheinbar ist er nicht fertig. Er hat im Rahmen von einem Podcast gesagt, dass es seiner Meinung nach nicht 32 bessere Quarterbacks gibt als ihn. Natürlich ist es nicht immer so einfach, also nehmen wir das jetzt einfach mal als festes Statement oder als Fakt. Natürlich ist es nicht immer so einfach, denn angenommen, die Lions würden jetzt sagen, ey, Cam Newton, besser als Jared Goff auf jeden Fall. Könnte man ja durchaus sagen, ne? Würde es jetzt Sinn ergeben, Cam Newton zu holen und dafür Jared Goff quasi zu cutten? Nope. Denn das wäre geldmäßig eine absolute Falle, würde riesig viel kaputt machen. Die Lions sind nicht in der Timeline dafür. Also es ist nie so einfach von wegen, oh, die besten 32 Quarterbacks starten. Da ist halt leider Geld immer noch ein Faktor. Also die Business-Seite, so sehr man die als Fan versucht auszuklammern, oder ich versuche es zumindest in meiner Zeit als Fan, also wenn ich nicht für YouTube an irgendwas denke, sondern einfach wirklich nur als Fan, dann versuche ich so wenig wie möglich über Geld nachzudenken. Aber die Seite ist auf jeden Fall noch da. Bin ins Nachdenken gekommen, bei welchen Teams ich wirklich einen Starting-Spot für ihn sehen würde. Und ich bin ehrlich, es sind nicht wirklich viele, wo ich sage, oh ja, Starter auf jeden Fall. Es gibt hier und da welche, wo ich sage, als Priority-Backup würde ich ihn auf jeden Fall nehmen, aber er will ja scheinbar starten. Und da gibt es wirklich wenig Spots. So man könnte jetzt überlegen zu sagen, okay, wenn bei den Browns Deshaun Watson wirklich das ganze Jahr gesperrt wird, vielleicht ist er dann da, der Starter über Jacoby Brissett. Bringt das für die Browns wirklich was? Wer weiß. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig. Und dann bin ich auf eine andere interessante Sache gekommen, da bin ich auf euer Feedback gespannt. Angenommen, euer Team hätte keinen Quarterback jetzt zur Zeit. Also wenn ihr zum Beispiel Dolphins-Fans seid, dann stellt euch vor, Tua würde es nicht geben. Oder der hätte sich Klopferfholz verletzt. Wollen wir natürlich nicht, aber stellt es euch vor. Hättet ihr lieber Cam Newton als Starting-Quarterback? Euer Backup-Quarterback ist auch ausgeklammert. Oder hättet ihr lieber Jimmy Garoppolo? Denn es sind beides Quarterbacks, die vermutlich verfügbar sind. Cam Newton halt theoretisch günstiger, weil Free Agent und Jimmy Garoppolo müsstest du ertraden. Aber wer davon ist der bessere Quarterback? Ich persönlich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Ich glaube, Cam Newton ist halt logischerweise mehr Risiko, weil er das Potenzial hat, schlechter zu sein. Aber auch mehr Reward. Der kann halt, wenn er auf einmal wieder krass spielt, wenn er auf einmal wieder an seiner MVP-Form zurückfindet. Glaube ich halt nicht jetzt mit fast schon Mitte 30, muss man ja beinahe sagen. Oder sagen wir mal Anfang 30 noch. Dann hat er natürlich auch Potenzial, sehr, sehr gut zu sein und dem Team sehr weiter zu helfen. Und ich glaube, bei Jim Garoppolo ist es ein bisschen in der Mitte. Dementsprechend, je besser das Team ist, umso eher würde ich vermutlich zu Garoppolo tendieren. Aber keine Ahnung, lasst mich mal wissen, wie ihr das seht. Aaron Rodgers hat gesagt, er wird definitiv als Packer retiren. Das heißt, er wird definitiv, wenn es nach ihm geht, quasi nicht noch woanders spielen, sondern bei den Packers. Beziehungsweise so deutet man das Ganze jetzt. Er hat halt zum Schluss auch noch gesagt, es sei denn, sie traden mich. Könnte natürlich passieren. Er hat ganz zum Schluss gesagt, ja, der Vertrag ist jetzt essentiell am Ende erstmal ein Einjahresvertrag, weil man das Ganze runter bricht. Also gucken wir mal in einem Jahr nochmal. Hat sich da auch wieder alles offen gelassen. Von wegen in einem Jahr dann entweder getradet werden mit einem neuen Vertrag oder woanders hingehen ist jetzt eher ein bisschen zu, weil er gesagt hat, entweder ich bleibe Packer oder sie traden mich. Oder wirklich einfach zu retiren ist natürlich auch noch eine Option. Das Ding ist, wenn man ihm jetzt aber ein bisschen Fiesheit unterstellen wollen würde, könnte man sagen, das Statement ist überhaupt nichts wert. Denn über die letzten Jahre, oder ist schon ein bisschen ein längerer Trend, aber ist es ja Trend geworden, wenn man lange irgendwo gespielt hat und dann am Ende vielleicht woanders war, dass man dann, nachdem man eigentlich schon wirklich retired ist, quasi nochmal einen Ein-Tagesvertrag unterschreibt bei dem Team, wo man lange gespielt hat, damit man als Mitglied von diesem Team retiren kann. Das ist mehr so eine sentimentale Sache. Aber angenommen Aaron Rodgers wird jetzt nach dem Jahr Free Agent und geht woanders hin und spielt noch drei Jahre bei den Seahawks zum Beispiel und danach kriegt er dann noch einen Ein-Tagesvertrag mit den Packers, dann wäre er als Packer retired. Ich glaube nicht, dass das wirklich so in seinem Kopf drin ist oder dass das als Option in seinem Kopf drin ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Statement, wo ich so am Schwanken war. Bringe ich das in Newsflash, bringe ich das nicht in Newsflash? Deswegen habe ich gedacht, wird kurz abgefertigt. Tua, Tange bei Lohr und die Medien sind ein kleines bisschen aneinander geraten, weil der offizielle Dorfens-Account letztens so ein Video veröffentlicht hatte, wo Tua einen Ball geworfen hat, der ein bisschen eine Ente war, also er ein bisschen so geflattert hat und gewobbelt in der Luft, für den Tyreek Hill anscheinend auch stehen bleiben musste. Also der so aussah, als wäre er unterworfen, zu kurz geworfen quasi. Und da haben dann logischerweise die Medien sich drauf gestürzt, was auf der einen Seite natürlich ein bisschen billig ist, weil es ist ein Wurf aus einem Highlight-Video, wo man nichts sieht außer den Ball in der Luft. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch verstehen, für Sportmedien oder halt gerade logischerweise Footballmedien, zurzeit ist ja nichts. Man kann halt auch nur so und so viel über mandatory Minicamps und alles reden. Du musst dann gefühlt jedes Highlight irgendwie ausschlachten. Und dann kann man das Ganze ein bisschen überzeugter machen oder mit ein bisschen mehr Augenzwinkern. Aber auf jeden Fall hat Tua sich danach nochmal zu Wort gemeldet und meinte dann, ja, guckt euch mal den letzten Wurf an und ich glaube nicht, dass ich damit ein Problem habe. Und ein paar Leute habe ich gesehen, die gesagt haben, boah, irgendwie ist es kein gutes Zeichen, dass Tua sich davon so angegriffen fühlt und dass er so direkt darauf eingeht und er hätte das einfach ignorieren sollen. Ich fand aber, ich weiß nicht, ob ich das falsch gedeutet habe, weil es wirkte für mich wie so ein bisschen trockener Humor, dass er das quasi alles so ein bisschen ironisch gesagt hat, als würde er sich wirklich drüber aufregen, aber er regt sich eigentlich gar nicht drüber auf. Aber wenn ja, dann hat er das sehr, sehr gut gemacht, weil ich sowas normalerweise eigentlich gut verstehe. Ich habe dafür ein ganz gutes Ohr. Aber ich war mir nicht sicher in dem Moment. Also wenn das so ist, dann hat er es sehr, sehr gut gemacht. Und wenn er wirklich sauer war, dann hat er sich gut beherrscht und ist nicht extrem sauer geworden. Also könnt ihr mir auch gerne mal da lassen, was ihr davon haltet, falls ihr die Interviews gesehen habt. Deebo Samuel ist bei seinem Team und DK Metcalf ist nicht bei seinem Team. Das sind beides Teams, die sehr früh angefangen haben oder früh angefangen haben mit noch, ich glaube, sechs, sieben, acht anderen Teams zusammen mit Mandatory Minicamp. Und Mandatory heißt schon mal verpflichtend. Das heißt, da müssen eigentlich alle sein. Das heißt, es ist nicht obligatory. Das ist nicht... Nee, Moment mal. Wie beschreibe ich das jetzt? Du musst nicht nicht da sein. Es ist nicht freiwillig, es ist verpflichtend. Man kann es auch einfach machen. Man muss nicht immer alles kompliziert machen. Das Ding ist, das ist für viele Spieler die letzten Jahre so ein Werkzeug gewesen, um zu sagen, hey, ich will vielleicht einen neuen Vertrag haben. Denn es ist jetzt nicht so, dass du bei Mandatory Minicamp wirklich krasse Sachen verpasst, gerade wenn sich nicht viel ändert, personnelmäßig und vom Scheme der Offense und von den Coaches und so weiter. Dann verpasst man beim Minicamp noch nicht so viel. Es ist dann natürlich erst das große Camp im Sommer, wo man wirklich da sein sollte. Und dementsprechend ist es so eine gute Gelegenheit, um ein Zeichen zu setzen von wegen, haha, ich müsste eigentlich da sein, aber ich bin nicht da. Ihr seht, ich meine es ernst. Und ich glaube, die Cam Metcalf macht sowas. Der will natürlich einen neuen Vertrag. Bei Debo ist es ein gutes Zeichen, entweder dafür, dass er einen neuen Vertrag kriegt, oder dafür, dass er sich ein bisschen mit den 49ers und mit Shanahan vielleicht auch persönlich geeinigt hat, dass er weniger als klassischer Running Back eingesetzt wird. Heißt, diese ganzen Gadget Plays, wo er von mir aus im Jet läuft und den Ball kriegt, was dann theoretisch ein Run ist, das wird definitiv bleiben. Aber dass er wirklich sich als Running Back hinstellt und ein Inside Zone läuft oder sowas, das wird dann halt höchstwahrscheinlich weniger vorkommen, jetzt in der Zukunft, weil das natürlich auch was ist, was ihm wichtig war. Auch logisch, Running Back natürlich ein viel höherer Verschleiß als Wide Receiver. Deswegen verstehe ich schon, er muss natürlich auch langfristig an seine Karriere denken, denn wenn er jetzt noch zwei Jahre spielt und dann ist er kaputt und danach sagen alle, boah, Debo Samuel war voll die geile Allzweckwaffe, ist ganz witzig so, aber am Ende hat er trotzdem nur noch zwei Jahre Geld verdient, statt dass Leute ihn jetzt vielleicht wieder als puren Receiver sehen und dafür verdient er noch acht Jahre Geld, wisst ihr? Also es ist schon clever. Und bei DK, wie gesagt, will einen neuen Vertrag, mal gucken, wie die Seahawks drauf eingehen. Aaron Donald hat seinen Vertrag restrukturiert, beziehungsweise er wurde restrukturiert in Verhandlungen mit den Rams, heißt, er kriegt jetzt mehr Geld, kriegt bis durch die 2024 Saison, also die einschließlich drittnächste, kriegt er 95 Millionen garantiert, was sehr geil ist, damit ist er der höchstbezahlte Nicht-Quarterback-Footballspieler aller Zeiten und ich habe, auf Twitter war es ein sehr großes Thema, was ich ganz witzig fand, die Geldverhältnisse. Da hat irgendwer geschrieben, die ganzen Accomplishments von Aaron Donald, von dem Jahr, Rookie des Jahres und Defensive Player of the Year und bla 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 für jedes Jahr aufgelistet und dann gesagt, und das gibt dir 95 Millionen und dann hat irgendwer das Ganze gequot-treated mit irgendeinem Basketballspieler, ich habe leider den Namen vergessen, der halt irgendwann, ich glaube, der war Rookie of the Year und hat danach halt gar nichts mehr gerissen und der hat auch 95 Millionen verdient, garantiert. Das ist ganz witzig, weil das dann nochmal diesen Unterschied klar macht, von wegen, ja, im Basketball, wenn du es einmal geschafft hast in die NBA, da musst du halt gefühlt nur so, ja, ganz gut sein oder musst ein krasses Jahr haben und bam, hast du so einen mega Vertrag und im Football ist es schon, der eventuell, oder einer der besten Spieler aller Zeiten, kriegt nur so einen Vertrag, was im Basketball so äh ist. Und dann war da noch jemand in den Kommentaren, der dann angefangen hat mit Baseball, weil ich glaube, die Baseball-Verträge, da bin ich halt überhaupt nicht drin, aber ich glaube, die sind richtig frech. Was interessant ist, weil von den drei Sportarten, die Beliebtheit in Amerika ist halt genau andersrum. Das heißt, die wenigsten Leute gucken Baseball, dann gucken mehr Leute Basketball und die meisten Leute gucken Football. Football natürlich eine viel kürzere Saison und so weiter, aber trotzdem fand ich das interessant, mal diesen direkten Vergleich zu haben. so, ähm, aber ja, Aaron Donald auf jeden Fall sehr, sehr krass, ähm, absolut verdient natürlich, gibt glaube ich keinen, der da, uh, ein bisschen zu viel Geld bezahlt von den Rams, ist absolut logisch. Gibt natürlich Leute, die sagen, ja, die Rams machen sich kaputt, die bezahlen zu vielen Stars, zu viel Geld, garantiert auch, ähm, aber ey, mal gucken, die haben da klügere Leute, als vermutlich wir alle sitzen oder manche von euch sind bestimmt klüger, als die Leute, die da im Raum sitzen, aber die haben da extrem kluge Leute sitzen, die da vermutlich viel mehr Plan haben, als 99,9% von uns allen, ähm, deswegen, ich, ich denke, das geht schon klar. Und, äh, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Möglichkeit, dass er retiart, also, dass er in Ruhestand geht, wohl wirklich da war. Also, ich glaube nicht, nach allem, was man hört von Insidern, dass es ein Push war, von wegen, uh, gib mir einen teuren Vertrag, ansonsten retire ich einfach. Ich glaube, die Möglichkeit war wirklich da, ich glaube, er hatte wirklich die Idee und er hat wirklich drüber nachgedacht. Aber, gut für jeden Football-Fan, glaube ich, außer vielleicht für Cardinals, Hawks und Niners-Fans, dass er jetzt nochmal zurückkommt. Als letztes nochmal ein riesiges Dankeschön an euch alle, dass ihr das Video geguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Extra riesen Dankeschön an die Kanalmitglieder und natürlich extra, extra riesen Dankeschön an die im allerhöchsten Level. Shoutout an alle meine Pro-Baller. Nochmal, äh, ich werde ab und zu gefragt, wie man Kanalmitglied werden kann. Häufig auf Instagram, nicht in den Kommentaren, was merkwürdig ist, aber, ähm, äh, ihr müsstet irgendwo unter dem Video so ein, so ein Dings haben, ein Button, wo ihr draufklicken könnt, da steht Mitglied werden oder sowas. Aber, wie gesagt, meine Pro-Baller, vielen Dank an euch. Danke, Zeckchen, Stefan Grunder, Nacho Out, Yankee Tango, Blindic, 91 Pausen Channel, Dope Boden, TJ Ryan, Josie, Ben Dachgeschoss, Dill Stoner, Hooper, Gordon Sport, Fabian, Marcel Prinz, Cem, Jasil Kunz, Hannes Walder, Chris, Shreddias, Matthias Fischer, Joshner, Eko, Nessner, Jan Heyer, GGT oder Lucas, Steve Arizona, Marcel Goff, Falkens, Jonas Eberlein, Levin Faust, Johannes Fander, Kander Legende, Window 2, Patrick Schneider, Tobias Margold, Christian Rieckert und immer noch ist Pretty Eyes ganz unten. Also quasi der, der es am frühesten gemacht hat, der noch da ist von den Pro-Ballern. Shoutout an euch alle, vielen, vielen Dank. Alles klar, das war es mit dem Video. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da habt. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.